Hallo zusammen. Letzte Woche haben wir noch ein Live-Interview mit Dirk Heidenblut von der SPD bei uns im YouTube-Kanal gehabt. Das hat für viel Aufregung gesorgt, für viel Transparenz, aber eben auch dafür, dass wir gesehen haben, was alles noch nicht in Gang gekommen ist bei diesem ganzen Legalize-Prozess und worüber es alles noch keine Einigung gibt. Und dass zum Beispiel selbst darüber, dass eine Entkriminalisierung der Konsumenten passieren soll, bevor die Legalisierung kommt, nicht vereinbart ist oder keinerlei Einigkeit besteht darüber in der Ampel. Auf jeden Fall haben wir gesehen, da gibt es noch ganz dicke Bretter zu bohren und jetzt sind wir hier im Büro von Kirsten Kappert-Gonther, von den Grünen, Drogenpolitischen Sprecherin der Grünen oder Berichterstatterin. Vielleicht fangen wir damit mal an. Für Cannabis. Ihr habt ganz plötzlich euch geklont und seid alle zu zweit. Was ist denn da eigentlich los? Wie komme ich denn dazu? Ja, moin Georg. Hallo allerseits. Ich freue mich sehr, dass ihr hier seid und wir wirklich mal so ein bisschen Licht auch ins Dunkel bringen können, wie es jetzt weitergehen kann und wie wir diesen historischen Satz in diesem Koalitionsvertrag jetzt auch wirklich mit Leben füllen. Und im Zuge dieser ganzen Neuordnung der Fraktionen, aber eben auch unserer Fraktion, sind ja auch die Ausschussvorsitzende neu besetzt worden und gewählt worden. Und ich bin ja stellvertretende Vorsitzende des Gesundheitsausschusses geworden, was eine ganz tolle Arbeit ist, wo ich mich sehr darüber freue. Und dadurch, dass kein Vorsitzender bestimmt ist, weil das Vorschlagsrecht ja die AfD hat und sich bisher kein AfD-Kandidat durchsetzen konnte, leite ich ja derzeit den Gesundheitsausschuss mit aller Arbeit, die damit verknüpft ist, sodass ich leider ein paar Sachen auch abgeben musste, um die ich mich in der letzten Legislatur gekümmert habe, auch andere Bereiche, aber eben auch ein Teil der Drogen- und Suchtpolitik. Aber ich habe gesagt, das Thema Cannabis, das möchte ich unbedingt behalten, weil das, wofür wir ja auch gemeinsam so gestritten haben seit Jahren und was jetzt endlich im Koalitionsvertrag der Bundesrepublik Deutschland niedergeschlagen ist, dass wir die kontrollierte Freigabe einführen wollen. Das ist ja wirklich historisch. Das möchte ich gerne weiter mit begleiten und ich möchte sagen, auch befeuern. Und dann mache ich auch noch das ganze Thema seelische Gesundheit. Also es gibt noch viele andere Themen, die ich zum Glück weitermachen kann. Aber ich teile mir das jetzt mit Linda Heidmann, diesen Bereich. Und das ist ja auch eine sehr tolle, neue, junge Kollegin mit einer hohen Expertise. Also ich glaube, das passt schon sehr gut zusammen. Das ist ja auf der SWD-Seite mit Heimblut und Wegge sehr ähnlich. Alter Hase und frisch junge Abgeordnete. Ist das auch so ein bisschen so ein Mentorprogramm, dass man die möglichst schnell versucht, irgendwie in den Betrieb reinzubringen und ein bisschen Know-how irgendwie zu übertragen oder so? Und hast du da gar keine Zeit für als stellvertretende Vorsitzende? Doch, aber Mentorprogramm, so habe ich das nicht gesehen, sondern wir machen das wirklich so, dass alle, auch neun jungen Abgeordneten, wir haben ja wirklich eine ganz, ganz tolle Fraktion, eine sehr jüngere Fraktion, auch diverser als in der letzten Legislatur, die haben alle relevante Berichterstattungen bekommen. Und Linda hat ja wirklich eine hohe Expertise in diesem ganzen Bereich. Und dann war das natürlich irgendwie logisch oder sinnvoll. Und wir arbeiten da einfach gut zusammen. Und natürlich fragt sie mich auch, was Prozesse anbelangt. Und der Ausschussvorsitz, klar, der kostet oder braucht auch Kraft und Zeit. Aber ich empfinde das nicht so, als würde mich das von was anderem direkt abhalten. Ja, aber ich kann eben nicht mehr so eine Fülle von Themen, was auch schmerzhaft ist, ja. Ich hätte, wenn der Tag länger mehr als 24 Stunden hätte, hätte ich das sehr gerne auch noch weitergemacht, ist ja klar. Also ich werde da kleine Revolution starten und dich trotzdem ab und zu mal drogenpolitische Sprecherin nennen. Ja, ich hoffe, du nimmst mir da nicht allzu übel. Ja, genau. Oder mit der Berichterstatterin da. Da versteht ja keiner von daher. Ganz genau. Also für das ganze Thema Cannabis, Cannabis-Politik, Cannabis-Kontrollgesetz, hoffentlich, ja. Kontrollierte Freigabe, aber auch Cannabis als Medizin, das ist alles, das werde ich alles weiter begleiten. Und da auch sozusagen mein Herzblut weiter mit einbringen. Ja, deshalb sprechen wir heute ja auch darüber. Gut, okay. Wir haben nicht ewig Zeit, von daher gehen wir jetzt mal richtig sofort irgendwie in die Vollen. Und zwar, ich habe es ja angesprochen, schnelle Entkriminalisierung, das ist ja im Moment jetzt erstmal die Hauptforderung. Wir haben das auch frühzeitig vorgebracht, auch vor dem Koalitionsvertrag schon, dass es so üblich ist. Ja, in allen möglichen Ländern, wo legalisiert wird, insbesondere US-Staaten, wenn da die Volksabstimmung stattgefunden hat und wird legalisiert, dann dauert das eben die klassischen zwei Jahre, bis die ganzen Details dann besprochen sind, geklärt sind, Gesetz verabschiedet und so weiter und dann Lizenzen vergeben, bis dann irgendwann die Shops auf sind. Aber die Entkriminalisierung, so und so viele Unzen sind ja dann immer gleich, nicht nur Gramm, sind halt komplett legal und meistens auch Eigenanbau. Von daher, da haben wir mal die sportliche Forderung 100 Tage aufgestellt, ja, das ist ja so der übliche Claim, den man da so hat. Und da glaube ich schon gewissen. Ja, tatsächlich denke ich auch, dass das möglich wäre, wenn das jetzt wirklich nur dieser eine Satz ist, geringe Menge zum Eigenverbrauch, ja, legal, fertig, aus. Nun sind die 100 Tage bald schon rum, ja, das wird vermutlich wohl nicht kommen, aber wie stehst du dazu? Ja genau, also die 100 Tage sind um und also ich muss schon sagen, ich verstehe auch die Ungeduld, also ich merke das bei mir auch, ja. Ich wäre gerne schon deutlich weiter, auch mit dem ganzen Prozess Richtung kontrollierte Freigabe und also ich sehe das ein bisschen ambivalent. Ich will das mal versuchen zu erläutern, ja, was ich will und wofür ich seit Jahren, ein Jahrzehnt ja auch in Kooperation mit euch streite, ist die kontrollierte Freigabe. Ja, das ist für mich, für den Jugendschutz, für den Gesundheitsschutz sozusagen das, was wir brauchen, damit die Leute einfach wissen, was sie bekommen, was sie konsumieren, dass sie sicher sein können, dass da keine irgendwie Beimischungen, geriebenes Blei und so weiter, das ja alles bekannt bei sind und vor allem auch wissen, welche Qualität sie bekommen, dass sie keine synthetischen Cannabinoide bekommen, die sie nicht wollen und all diese Sachen, das ist für mich das Leitmotiv, warum ich mich dafür so eingesetzt habe und weiter einsetze. Und dann die Frage Jugendschutz, wer hat Zugang zu kontrollierten, zu den Fachgeschäften, lizenzierte Fachgeschäfte, dass ich für lizenzierte Fachgeschäfte eintrete und nicht für die Apotheken als Verkaufsorte, ist ja auch hinlänglich bekannt. Wenn wir jetzt nur entkriminalisieren würden, das würde die Justiz entlassen, gute Sache, ja, die Liebforderungen sind ja so in sich schlüssig, würde aber für den Jugend- und Gesundheitsschutz erstmal nichts bringen, außer dass die Menschen natürlich eher, wenn sie merken, sie kommen nicht so richtig klar mit ihrem Konsum, sich auch Beratung holen, das wäre schon auch ein Punkt Richtung Gesundheitsschutz, aber sozusagen die ganze Linie ist es nicht. Und meine Sorge ist, dass wir, weil dieses Thema ist wirklich kompliziert und wir haben jetzt diesen Beschluss im Koalitionsvertrag stehen, aber das heißt ja nicht, dass die Gegner der kontrollierten Freigabe, also sozusagen die Prohibitionisten, auf einmal verschwunden wären. Die sind ja überall noch da und das Risiko, dass wenn wir jetzt entkriminalisieren, dass wir dann auf halber Strecke stehen bleiben, das ist nicht von der Hand zu weisen und ich will das nicht haben. Was ich mir vorstelle ist, dass wir jetzt möglichst zügig, da werden wir auch noch drüber sprechen, über den Prozess in Richtung Gesetzesentwurf für die kontrollierte Freigabe kommen und im Zuge dessen, ja, wenn dieses Gesetz wirklich vereinbart ist und vorliegt und ins Verfahren geht, dann finde ich, wäre der Moment, wo man sagt, und dann macht man jetzt sozusagen im Vorgriff die Entkriminalisierung. Aber da zwei Prozesse jetzt nebeneinander zu machen, ich bin fest davon überzeugt, dass uns das im Zweifel die ganze Geschichte rund um die kontrollierte Freigabe gefährdet. Und das möchte ich nicht haben. Das ist natürlich eine Sache, die da draußen vielen nicht gefallen wird. Ich würde es gerne noch mal ein bisschen auseinanderdröseln, einerseits die strategische Frage, was ist umsetzbar, wie wirkt das eventuell dann am Ende auf den gesamten Prozess, wenn man das jetzt mal ausblendet und nur das Argument sich betrachtet, was dahinter steckt, was jetzt viele offensichtlich auch glauben, Politiker, die jetzt da skeptisch sind, sofort zu legalisieren, die eben dadurch ein strategisches Problem werden mit dieser Forderung. Das war alles mal ausgeblendet. Das Argument dahinter ist ja neuerdings, ja seit ein paar Wochen auf einmal, wenn man Konsumenten entkriminalisiert, kriegen wir holländische Verhältnisse, davon profitieren irgendwelche gefährlichen Gangs, die auch entsprechend Gewalt anwenden und so weiter. Ist das für dich ein plausibles Argument? Wenn man entkriminalisiert, haben wir Banden. Wenn man nicht gleichzeitig legalisiert, fördern wir Banden durch Entkriminalisierung. Entkriminalisierung, macht das für dich Sinn? Ja, es macht für mich partiell Sinn. Also ich weiß, dass es da sehr differenzierte Positionen zugibt und dass das so in dieser schlichten Absolutheit, die du jetzt vorgetragen hast, so auch nicht schlüssig ist. Aber wir werden natürlich über die Entkriminalisierung weiter die Situation haben, dass die Konsumierenden auf dem Schwarzmarkt kaufen müssen. Das ist so, weil es ja sonst nichts anderes gibt. Und der Schwarzmarkt gefährdet ja nun die Konsumierenden, weil sie einfach überhaupt nicht wissen, was sie kaufen und konsumieren. Aber dieses Argument sagt, dass es schlimmer wird und nicht gleich bleibt. Ja, nee, aber schlimmer, das glaube ich auch nicht. Aber es würde eben auch nicht besser werden. Und wir hätten die Situation, die jetzt auf dem Schwarzmarkt ja Menschen auch gefährdet, die hätten wir weiter. Und hätten dann, wenn dann alle Gegner aus den Löchern krabbeln und sagen, guck mal, wie schlimm es ist, dann ist die Gefahr, dass wir dann nicht mehr Richtung... Ja, aber ich meine, wir machen Politik sozusagen im Olymp der Theorie oder im Alltag. Und wir machen Politik hier im Alltag. Und es ist so, dass wir nicht die Situation haben, dass wir eine grundsätzliche Haltung in der Bevölkerung haben, ja, wir brauchen die kontrollierte Freigabe, weil eben immer verwechselt wird, was sind die aktuellen Bedingungen und was wären die Bedingungen unter der kontrollierten Freigabe. Und da dieses Argument, Jugend- und Gesundheitsschutz zu früh aus der Hand zu geben, das halte ich für völlig falsch. Und von daher bin ich fest davon überzeugt, dass wir diesen, den Aufwand, den Gehirnschmalz, die, auch die Gesetzestechnik, ja, das müsste man ja alles bei der Entkriminalisierung auch machen. Wir bräuchten einen Gesetzestext, wir bräuchten dafür einen Referentenentwurf, wir bräuchten dafür ein Anhörungsverfahren. Wenn wir diese ganze Arbeit jetzt nehmen und wirklich schon in Richtung kontrollierte Freigabe geben, glaube ich, dass wir, oder bin ich von überzeugt, dass wir am Ende das bessere Konstrukt haben, dass das für Menschen, die jetzt händeringend darauf warten, unbefriedigend ist, verstehe ich sofort. Das ist schon ein harter Deal, wenn man sagt, im Prinzip, das wird noch auf ungefähr 200.000 zusätzliche Strafverfahren gegen Konsumenten rauslaufen, damit wir eben am Ende ein Komplettpaket kriegen. Das ist, für die, die betroffen sind in der Zeit unterwegs, ist das schon bescheuert. Total. Ich finde das auch bescheuert, ja. Also mir tut es auch um jede einzelne Person leid. Aber ich weiß auch, wie lange wir dafür gearbeitet haben, dass dieser Satz im Koalitionsvertrag drinsteht. Und dieser Koalitionsvertrag ist das, woran sich diese Ampel wird messen lassen müssen innerhalb der nächsten vier Jahre in dieser Legislaturperiode. Das heißt, wir haben jetzt die historische Chance, wirklich richtig den Paradigmenwechsel hinzukriegen. Und das jetzt womöglich durch so eine Parallelgeschichte zu gefährden. Das halte ich, ich halte das für zu riskant, ja. Also ich habe wirklich Angst, dass wir dann auf halber Strecke stehen bleiben. Und das möchte ich nicht. Und das möchte ich auch nicht mit verantworten. Und wie gesagt, von mir aus sehr schnell jetzt ins Verfahren Richtung kontrollierte Freigabe. Da müssen wir ja noch ein paar Sachen auch in der Ampel klären. Da kannst du gleich noch mal im Detail skizzieren, so detailliert, wie es geht. Aber ich würde gerne noch einen Punkt nachfragen an dem Punkt von wegen Gesamtpaket-Führerschein. Da muss ich ja auch nicht nachfragen, dass ihr da was anderes haben wollt, als es jetzt ist. Das ist ja bei euch einfacher, weil es gibt sowieso Cannabis-Kontrollgesetz, hat die Fraktion verabschiedet mehrfach irgendwie. Und da kann man sich fragen, ob es eine Einigung bei den Grünen gibt, so ganz allgemein. Auch beim Thema Führerschein nicht. Da hat Heimlut zum Beispiel angedeutet oder gesagt, dass er sich vorstellen kann, das tatsächlich zu trennen und nicht im Gesamtpaket zu verhandeln, weil es ja auch ganz andere Gesetze betrifft. Eigentlich ein ganz anderes Thema ist, was grundsätzlich ja mit der ganzen Drogenverbots-Prohibitionsgeschichte gar nichts zu tun hat, sondern eher Verkehrsrecht ist. Wie siehst du das an dem Punkt? Kannst du dir da vorstellen, das parallel irgendwie zu machen? Also es hängt jetzt so ein bisschen davon ab, wie die Federführung verteilt wird. Wir haben ja noch nicht mal geklärt, wer welcher Ausschuss und welches Ministerium federführend für das Cannabis-Kontroll-Gesetz, ist jetzt mit uns Grünen verbunden, also für ein Gesetz zur kontrollierten Freigabe von Cannabis, wer dafür zuständig ist. Wenn das mal geklärt wird, dass das Gesundheit ist, was ich hoffe, weil das diese ganze Frage Jugendgesundheitsschutz, finde ich, macht es Sinn, dass das bei Gesundheit resultiert, damit man das auch wirklich sorgfältig machen kann. Wenn sich dann parallel der Verkehrsausschuss mit der Führerscheinfrage befassen könnte oder wollte, da hätte ich nichts gegen. Auch da glaube ich aber, dass es letztlich darauf rauslaufen wird, dass wir das insgesamt im Paket machen. Aber auch da verstehe ich, dass Leute sagen, wie kann das sein, wenn ich irgendwas mit mir führe und überhaupt nicht berauscht bin, dass ich dann den Führerschein wegkriege. Das ist ja absurd. Also da gibt es ja hier keine zwei Meinungen. Aber das, wie gesagt, hängt so ein bisschen davon ab, wie das jetzt mit den Ausschüssen weitergeht. Und wenn dann der Verkehrsausschuss sich da isoliert mit befassen würde, also dem würde ich zumindest ganz sicher nicht im Wege stehen. Hatten wir ja auch in der letzten Legislatur aufgrund eines Antrags. Der Linken war ja auch im Verkehrsausschuss. Vielleicht nochmal das Thema Eigenanbau, wenn man jetzt da schon mal die großen Themen hintereinander reihen. Beim Führerschein scheint ja fast Konsens zu sein, dass das passieren muss. Jedenfalls, das kommt von der SPD auch relativ klar, das, was passieren muss. Bei der FDP weiß ich gar nicht so genau. Die sind noch nicht so weit, glaube ich. Ja, bei dem Eigenanbau. Eigenanbau ist ja offensichtlich noch nicht geklärt. Sonst wäre es wahrscheinlich im Koalitionsvertrag drin. Ich gehe davon aus, die Grünen haben das vorgebracht in den Koalitionsverhandlungen und haben das nicht durchgekriegt. Ist das für dich vorstellbar tatsächlich, dass es dabei bleibt? Ist der Widerstand groß, dass man das nicht durchgesetzt kriegt und am Ende eine Legalisierung ohne Eigenanbau kommt? Ich würde es für völlig falsch halten. Also auch da gilt, was ich jetzt die ganze Zeit sage. Und das ist ja kein Lippenbekenntnis, sondern ich habe ja eine hohe, endogene Motivation zu diesem Thema, weil ich einfach so fest davon überzeugt bin, dass wir endlich mal diese Prohibition überwinden müssen und die kontrollierte Freigabe brauchen. Und für mich ist die kontrollierte Freigabe und Eigenanbau miteinander verknüpft. Ich wüsste gar nicht, wie man das sauber getrennt voneinander argumentieren sollte. Weil natürlich der Eigenanbau auch dem Gesundheitsschutz dient, weil die Menschen ja dann einfach ganz genau wissen, welches Saatgut sie verwenden, unter welchen Bedingungen sie das anbauen. Und weil es den Menschen ermöglicht, sich auch unabhängig zu machen, davon in irgendwelche Geschäfte zu gehen. Und mir leuchtet halt dieses Argument, dass das irgendwas erschweren würde, überhaupt nicht ein. Wenn wir sozusagen Tomaten, also wenn Tomaten legal sind, dann kann ich mir Tomaten auch anbauen. Ich kaufe meine Tomaten im Bioladen, weil ich überhaupt keine Zeit habe, mir das anzubauen. Aber wenn jemand das machen will, kann der Mensch natürlich Tomaten anbauen. Warum das nun just bei Cannabis anders sein sollte, mir leuchtet das nicht ein. Ich finde, wie gesagt, dass man das auch nicht verargumentieren kann. Aber es stimmt, dass es darüber im Moment in der Ampel noch keine finale Verabredung gibt, wie wir damit umgehen. Und aus meiner Sicht wäre wichtig, also ich habe ja gesagt, dass ich hier gerne Tempo hätte in der ganzen Geschichte, auch damit wir, vielleicht darf ich das an der Stelle nochmal wirklich in aller Form sagen, Wenn wir einen Gesetzentwurf auf dem Tisch haben, der ins Verfahren geht, wo die Anhörung sozusagen Ante Porta steht, das ist der Moment, wo ich auch komplett für die Entkriminalisierung bin, weil dann gefährde ich nichts mehr. Also schon allein deshalb müssen wir da jetzt zügig vorankommen. Und um einen solchen Gesetzentwurf auf die Bahn zu bringen, brauchen wir natürlich an diesen entscheidenden Punkten eine Einigung innerhalb der Ampel. Und da, also sagen wir mal, wie soll ich das ausdrücken? Also meine Bereitschaft, zu dieser Einigung zu kommen, ist da sehr hoch. Ja, ihr seid nicht das Problem an der Stelle, ja, ist schon klar. Aber ja, vielleicht an euch jetzt an der Stelle auch nochmal, ihr seht, es ist immer noch möglich, dass am Ende eine Legalisierung kommt und Shops eröffnet werden und Leute, die selbst anbauen, immer noch bestraft werden, ja. Da werden wir noch ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten müssen, auch Richtung andere Fraktionen, FDP, SPD, wie im Wahlkampf, ja, die dann nicht dafür waren. Ja, wir haben auch die Wahlanalyse gemacht, kann auch jeder nochmal nachgucken, bei den Grünen wart mit drin, obwohl es nicht im Programm stand, aber immerhin mit Verweis auf Cannabiskontrollgesetz, wo es schon drin steht, und bei den anderen eben nicht. Ja, die wollen explizit tatsächlich nicht. Gut, aber du hast jetzt schon mehrfach gesagt, du hast irgendwie einen Plan im Kopf, du hast eine Vorstellung, wie das Ganze ablaufen soll, und Zeitplan ist ja das, wonach alle rufen. Erzähl mal, wie soll das laufen? Also, es liegt kein offizieller Zeitplan vor, das ist so, ja. Wir haben ja, wie ich gerade schon sagte, es ist ja noch nicht mal geklärt, wo das jetzt resultieren soll. Ich finde eben bei Gesundheit, aus den genannten Gründen, und dann wäre es so, dass der Minister einen entsprechenden Zeitplan vorlegen würde und sollte möglichst unter Einbeziehung des Drogenbeauftragten Burkhard Blienert, der ja grundsätzlich ein großer Unterstützer der kontrollierten Freigabe ist, was ja sehr gut ist, der da natürlich auch eine relevante Rolle spielen wird, also in diesem ganzen Gesetzesvorhaben und auch in der entsprechenden Zeitplanung. Und wenn es nach mir ginge, würden wir jetzt relativ schnell mit Eckpunkten ampelseits vorangehen und dann gucken, dass es einen Referentenentwurf aus dem dann eben BMG, also Bundesministerium für Gesundheit gibt, damit dann käme ja schon die Verbändeanhörung innerhalb des Bundesministeriums für Gesundheit, wo natürlich der Handverband und andere entsprechende einschlägige Verbände angehört werden müssten, damit man dann möglichst noch in diesem Jahr, ich finde, das sollten wir schaffen, einen Gesetzentwurf wirklich vorliegen hat, damit man dann auch in die entsprechenden Anhörungsverfahren, in dem Fall wäre das dann ja im Gesundheitsausschuss, gehen kann. Ja, aber das ist sozusagen, Kirsten findet, so sollte der Zeitplan sein. Aber das will ich auch in aller Form sagen, wir müssen uns da auch miteinander drüber verständigen, sodass das kein Versprechen ist. Jetzt wir hier sitzen gemütlich auf dem Sofa in meinem Büro. Im Übrigen, vielleicht darf ich das an der Stelle einmal sagen, natürlich beide dreifach geimpft, heute Morgen getestet, haben vorher gelüftet, nur weil wir jetzt ja die Maske abgenommen haben, damit man es überhaupt versteht. Und ich kann es nicht alleine jetzt sagen, so machen wir das. Das ist ja logisch. Sondern wir sind in einer Koalition und werden uns da verständigen. Wie du schon gesagt hast, der Minister muss das vorlegen. Lauterbach, der sich jetzt hinsetzt und hat Gesetz schreibt, ist schlicht unvorstellbar. Also er muss halt irgendwen finden im Ministerium, der das macht. Ja, aber da gibt es ja Fachleute. Und da sind die ganzen Leute, die vorher von der CDU, von mehreren CDU-Gesundheitsministern da hingesetzt worden sind und installiert worden sind und die CDU-Politik gefahren haben. Das ist doch auch ein Problem, oder nicht? Dass da lauter Leute sitzen, die mit Legalisierung nichts am Hut haben, das jetzt machen sollen? Also da gibt es ja auch Fachabteilungen und Referate, wo wirklich eine hohe Expertise ist. Also wenn es dann einen klaren Auftrag gäbe, und so ein Auftrag ist ja immer politisch, dann könnte eine Fachabteilung das natürlich entsprechend, glaube ich, auch sehr, sehr gut umsetzen. Und dann wäre es ja wünschenswert, und davon gehe ich einfach auch aus, dass der Bundesdrogenbeauftragte da natürlich auch mit zugezogen wird, ja, in seiner Expertise und wenn gewünscht. Also ich gebe gerne alles, was ich zu dem Thema weiß und denke, auch mit dann ins Verfahren. Also das, es gibt gute Leute im WMG, da bin ich ganz sicher, dass da auch ein gutes Gesetz bei rauskommt. Gut, also am Ende ist tatsächlich die Federführung, diejenigen, die einen Entwurf vorlegen, eine Abteilung im Gesundheitsministerium, aber nicht Blinats Referat. Also da, wo sonst auch die Drogengesetze geschrieben werden oder verändert werden. Von da müsste im Prinzip diese ganze Diskussion ausgehen. Und die müssten ja dann im Prinzip auch Entscheidungen vorlegen. Von wegen, liebe Politiker, wollt ihr das jetzt so rum oder so rum machen? Apotheken oder nicht Apotheken? Genau. Aber sinnvoll wäre es natürlich, und da sind wir auch ja im Moment dabei, dass wir uns auch nochmal, Parlamentsseits, über diese Eckpunkte verständigen oder über diese Rahmenbedingungen, wie wir das jetzt im Einzelnen wollen. Aber die Vorlage muss natürlich dann aus dem WMG. Ja, gut, seid dabei. Also, habe ich so auch noch nicht rausgehört gehabt. Beispiel Eigenanbau. Du sagst, ihr habt da noch keine Einigung. Ist aber schon drüber gesprochen worden bei den drogenpolitischen Sprechern? Das hat das Thema schon mal auf den Tisch gelegen? Also, wir kennen uns ja und wir reden miteinander. Okay. Ja, muss gar kein offizieller Termin sein. Okay. Also, ihr könnt euch selber denken, ja, ist ja klar, dass hier nicht alle alles beantworten. Aber man kann es mal versuchen. Gut, also, auf jeden Fall ist noch nie drüber gesprochen worden. Ja, das hat man auch rausgehört. Ja, und vielleicht nochmal Apotheken. Also, ich weiß nicht, du hast ja jetzt noch eine andere Frage. Aber Apotheken und Fachgeschäfte, ja. Das ist auf jeden Fall auch dabei. Also, ich finde, das ist total wichtig, dass man das auch immer wieder ordentlich argumentiert, ja. Also, ich bin ja bei Hart für Fachgeschäfte, die wirklich sich genau damit dann auskennen und auch genau dafür die Mitarbeitenden geschult sind, um eben Cannabis-Produkte zu verkaufen. Und das, finde ich, ist eine vernünftige Vorstellung, zu sagen, wir haben da Fachgeschäfte, wo Expertise vorliegt, die genau diese Produkte zur Verfügung stellen oder verkaufen, wo eben auch der Jugendschutz eingehalten werden kann. Weil die wären erst ab 18. Und die Menschen wüssten halt auch, wenn sie da hingehen, dann kriegen sie eben eine ordentliche Fachberatung zu diesen Produkten. Und wir hätten, und das ist für mich total elementar als Argument, nicht die Vermischung aus Menschen, die Medizinalkannabis ja auch benötigen und verordnet bekommen haben und denen dies zum Freizeitgebrauch konsumieren. Weil meine Sorge ist sonst, dass ich als Ärztin gehe ja davon aus, jetzt habe ich den Satz angefangen und nicht beendet, aber ich fange nochmal an, ja. Also ich als Ärztin gehe ja davon aus, wenn eine Patientin ein Patient ärztlich was verordnet bekommt, dann erfolgt da auch eine ärztliche Begleitung. Und die ist ja auch sinnvoll. Wie dosiert man, ist es jetzt noch notwendig, muss man vielleicht ein Produkt nochmal ändern und so. Also diese Begleitung ist ja sinnvoll, wenn man eine gezielte Behandlung vornehmen möchte. Wenn ich jetzt aber, angenommen nur, da müssen wir ja auch nochmal dran, das Medizinalkannabisgesetz so bliebe und es bleibt so schwierig, Ärzte zu finden, die verordnen. Es bleibt so schwierig, die Kostenübernahme zu bekommen. Es bleibt so schwierig, in den Apotheken dann auch das entsprechende Produkt wirklich zu erhalten. Und dann habe ich aber gleichzeitig in derselben Apotheke die Möglichkeit für meinen Freizeitgebrauch zu erwerben. Das ist doch logisch, dass Menschen dann auch in einer Form von Selbstmedikationsversuch sagen, dann ist mir der ganze Hustle zu groß, dann kaufe ich mir das einfach. Aber das hat ja in sich ein Risiko, dass dann eben die Begleitung, wenn es gerade als Medizin verordnet wird, auch nicht entsprechend vorhanden ist. Und das finde ich eine unglückliche Vermischung von Medizinalkannabis und Freizeitgebrauchskannabis. Und auch deshalb bin ich nicht der Auffassung, dass wir das in den Apotheken machen sollten. Das Stichwort Apotheken hat er auf jeden Fall auch am Schirm, von der Herr Schönleitet gebracht hast. Ich bin voll deiner Meinung, das hat in Apotheken nichts zu suchen, eine Droge, ein Genussmittel. Aber ich höre auch von Handfreunden öfter mal das Argument pro Apotheke, und zwar aus zwei Gründen. Einerseits wegen dem ländlichen Raum, wo die Leute dann sonst keine Versorgungsmöglichkeiten haben. Meine Antwort darauf ist Onlinehandel. Ich glaube, wer schaffen hat heute nicht, darüber auch zu sprechen. Aber gut, ländlicher Raum, das wäre ein wichtiger Grund, warum Apotheken jetzt Cannabis verkaufen sollen. Müssen die eigentlich auch Schuhe verkaufen oder so. Schuhgeschäfte gibt es im Plattenland auch nicht. Aber naja, also ländlicher Raum, Versorgung über Apotheken. Und damit es schneller geht, weil da natürlich eingeschliffene Handelnsstrukturen schon da sind und auch Ware da ist und so weiter. Da hat man erst mal gesagt, okay, erst ein halbes Jahr oder Jahr können die Apotheken einsteigen, damit wir nicht so lange warten müssen. Und dann kann man immer noch auf Fachgeschäfte umschwenken. Okay, also auf beides eine kurze Antwort, weil ich verstanden habe, dass wir mit der Zeit so ein bisschen knapp werden. Also ländlicher Raum, ich finde, das ist ein Punkt, also wenn es weit und breit keine Möglichkeit gibt, also keine Bewerbung zum Beispiel um eine Lizenz für ein Cannabis-Fachgeschäft, es aber eine Apotheke gibt, die sagt hier, ich würde das in diesem Bereich von, wenn wir sonst in 30 Kilometern nichts haben, machen, dann finde ich, können auch Apotheken sozusagen die Lizenz eines kontrollierten Fachgeschäftes erwerben. So mehr als Ausnahme. Da wäre ich nicht grundsätzlich gegen, aber ich würde es eben nicht sofort so einstiehen, sondern wirklich als Ausnahmemöglichkeit ermöglichen. Und das andere, sozusagen rindende Kartoffeln raus aus der Kartoffel, das funktioniert in der Politik nicht. Also da gilt eigentlich das, was wir eingangs besprochen haben. Wenn wir es jetzt die Chance haben, das gut zu machen, dann sollten wir es so gut machen, wie wir das mit gemeinsamen Sach- und Fachverstand zusammen uns ausdenken. Und da gibt es aus meiner Sicht eben sehr viel bessere Argumente für die lizenzierten Fachgeschäfte und nicht für die Apotheken. Und ich glaube nicht, dass wir sehr viel schneller mit den Apotheken würden, weil das würde ja auch voraussetzen, dass wir das Cannabiskontrollgesetz oder ein Cannabiskontrollgesetz auf dem Weg hätten und dann da den Abzweig Apotheken nehmen. Dann könnten wir es auch gleich richtig machen. Rindende Kartoffeln raus aus der Kartoffeln funktioniert nicht, heißt ja in dem Fall, raus aus den Apotheken würde nicht funktionieren, wenn es einmal drin ist. Genau. Erst drin, dann raus. Genau. Um das nochmal zu übersetzen, weißt du, ob das jeder sonst verstanden hätte. Genau. Also man kriegt das bei denen nicht mehr rausgeschnitten sozusagen aus dem Umsatz, wenn sie das einmal haben. Genau. Also davon gehe ich aus. Und das zweite Argument war aber auch, das würde das Verfahren jetzt auch gar nicht nennenswert beschleunigen. Weil wir ja, weil beides eben ein ordentliches Kontrollgesetz voraussetzt. Und das ist das, was jetzt im Moment die Zeit braucht. Dann, dass wir dann wirklich Menschen hätten, die auch Lizenzen für lizenzierte Fachgeschäfte beantragen. Also davon können wir ausgehen. Also ich zumindest, ihr wahrscheinlich auch, kriege jetzt schon sehr viele Mails von Menschen, die sich dafür interessieren, die auch gerne endlich wissen wollen, wie geht denn das dann, ja? Wie werden Lizenzen vergeben und so? Und da muss ich immer sagen, das wissen wir noch nicht. Auch das wird sich ja innerhalb des Gesetzgebungsverfahrens jetzt klarifizieren müssen. Gut. Okay. Vielleicht zum Schluss nochmal irgendwie freie Rede. Was kannst du den Leuten noch Positives mitgeben, die da draußen schon völlig frustriert sind und irgendwie die Revolution starten wollen und ja, teilweise auch schon mal aggressiv werden, weil sie denken, das wird sowieso nichts. Die haben wieder alle nur unsere Stimmen geklaut und die wollen gar nicht legalisieren und so weiter. Wie ist dein Ausblick, der einigermaßen optimistisch klingt? Ein bisschen gute Laune verbreiten. Mal gucken, ob dir das gelingt. Ja, weiß ich jetzt auch nicht, weil ich ja merke, dass die Frustrationen hoch sind. Aber ich kann zumindest sagen, ich bin sozusagen nicht über Twitter motiviert. Also wenn es da Unterstützung gibt, freue ich mich natürlich. Aber meine Motivation für dieses ganze Thema ist aus mir heraus und aus meiner Erfahrung und aus meiner Expertise heraus. Und wir tun und ich tue genau das, was in meiner Kraft und Macht steht, um jetzt hier zügig zu einer kontrollierten Freigabe zu kommen. Und wenn das auf Twitter negativ konnotiert beantwortet wird, ja, dann ist das so, dann nehme ich das zur Kenntnis. Aber ich glaube, wenn wir hier weiter an einem Strang ziehen, dann sind wir stärker. Also davon gehe ich einfach aus. Und auch mit dem Handverband. Wunderbar, gerne. Damit muss gut sein für heute. Ich würde sehr gerne nochmal über die ganzen Details weiter rumlörden. Ich dachte, wir wären jetzt schon an der Stelle, zu gucken, wie regeln wir dies, wie regeln wir das. Und stattdessen müssen wir uns noch über so blöde Managementfragen unterhalten, weil da irgendwie noch nichts läuft. Müssen wir erst mal da auf die Schiene kriegen, dass überhaupt irgendwer mal anfängt, einen Entwurf zu schreiben. Und dann reden wir weiter über die Details. Von daher sehen wir uns bestimmt bald wieder. Gerne. Und bis dahin, dir auf Wiedersehen, schönen Tag noch, geruhsamen Abend und genau so euch da draußen. Ja, tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.